Lehn dich schön zurück, entspann dich. Ach, schön. Ist die Temperatur angehebt? Oh, ist viel zu kalt. Ist das jetzt okay? Ähm, ja, passt schon. Au, oh, das ist viel zu heiß. Oh, Entschuldigung. Ich habe dir jetzt noch eine Pflege reingemacht. Die muss jetzt fünf Minuten einwirken und dann bin ich gleich wieder da. Ja, entspann dich ruhig. Okay. Entschuldigung. So, wir waschen jetzt aus. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ach, du hast so viele Knoten, so schlimme Haare. So, also wir müssen auf jeden Fall schneiden. Aber ich würde gerne bitte wirklich nur das bisschen hier ab. Okay, aber wirklich nicht zu kurz. Nein. Ist es okay so? So, fertig. Toll, oder? Das ist der neueste Trend von Kylie Jenner und Kim Kardashian und die tolle Becke. So, sag doch mal was. Wie gefällst du denn? Ja, also, ich muss mich dran gewöhnen, aber... Ja. Es ist schon... Es ist schon schön. Da wirst du dich dran gewöhnen. So, also du brauchst natürlich noch Pflegeprodukte, weil wir haben jetzt dein Haar gesund gemacht. So, dann gehen wir mal zur Kasse. Dann wären wir bei 870, bitte. Also wenn wir runterfohlen, dann mente ich noch ein wenig später. little food als Lager. Du bist dann auch nicht... Vielen Dank.